Ob heute mal mehr Action wieder reinkommt oder nicht, das werden wir heute erfahren. Und willkommen zurück zu Jade Empire. Ja, das letzte Mal war wie gesagt keine Action, weil ich ja nur mit den Philosophen gesprochen hatte. Es sind noch ein oder zwei noch da, ansonsten gehe ich komplett zurück zu den Gruppenmitgliedern, also da wo das Lager ist. Eigentlich wollte ich das schon das letzte Mal machen, aber ich habe nicht auf die Zeit geachtet und ja, es war schon dann über 20 Minuten. Es wird auch so, ca. wieder 20 Minuten gehen. Kann ein bisschen dauern. Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Ah, schon eine Minute vergangen. Also schon mehr als eine Minute. Oh, fertig. Gelehrter Kongyu. Gyu, oder wie der ausgesprochen wird, ist erstmal dran. Ich hoffe, ihr seid nicht gekommen, um mich zu belästigen. Wisst ihr, ich bin ein sehr beschäftigter, wichtiger und gebildeter Mann. Du, ein wichtiger? Das klappt auch nur er. Ähm, ja. Was für Studien beschäftigen euch so sehr? Habt ihr hier jemanden gesehen, der sich verdächtig aufführt? Dürfte ich euch einige allgemeine Fragen stellen. Ich sollte euch euren Gedanken überlassen. Also, wenn er sehr beschäftigt ist, dann würde er erstens nicht da herumstehen. Gebürtig kann ich mir gut vorstellen und wichtig ist er so oder so nicht. Kein Mensch ist wichtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, jeder Mensch ist gleich, so wollte ich es sagen. Es gibt keine Höheren oder Niedrigen. Doch leider ist es bei meisten Fällen so, der Fall, dass einige sich viel wichtiger halten als alle anderen. Aber egal. Habt ihr jemanden gesehen, der sich verdächtig aufführt? Verdächtig? Bei allen Himmeln, nein. Jeder hier ist ganz und gar einwandfrei und vollkommen normal. Ja, wirklich. Auch der Frontblender? Ähm, naja, der nicht. Er ist natürlich nicht gewöhnlich, im gewöhnlichen Sinne. Ganz und gar nicht. Aber alle anderen sind vollkommen einwandfrei. Was für Studien beschäftigen euch so sehr? Alle Arten von Studien. Die Geschichte der dramatischen Systeme, angewandte Theologie und, ähm, himmlische Integration. All das ist wichtiges Streben nach Wissen. Auch wenn ihr solche abgehobenen Themen vielleicht nicht verstehen mögt. Warum erzählt ihr mir nicht mehr über die Geschichte der dramatischen Systeme? Naja, wisst ihr, das Drama kann in verschiedene Systeme unterteilt werden. Und ich studiere die Geschichte dieser Systeme im Wandel der Zeit. Wie sie sich verändert haben und so weiter. Könnt ihr mir einige Systeme, einige dieser Systeme umreißen? Naja, da gibt es das, ähm, neue System, aber das kennt natürlich jeder. Dann haben wir, ähm, das alte System, das, wie ihr sicher schon vermutet, nicht länger verwendet wird. Das ist jedenfalls eine kurze Zusammenfassung meines jüngsten Werks. Wie das Schmetterling erstmal ins Bild fliegt. Wie haben sich diese Systeme verändert? Oh, das ist alles sehr komplex und mir ist wirklich nicht danach, euch alles in voller Breite zu beschreiben. Weil ihr zu vau bist. Wisst ihr, daran erkennt ihr, dass ich ein Gelehrter bin. An meiner Abgeneigtheit alle meine Informationen zu teilen. Hä? Was hat das mit dem Gelehrten zu tun? Ähm, ihr seid Yukon der Vielseitige, nicht wahr? Natürlich nicht, ich bin... Ach, verflixt, das funktioniert ja gar nicht. Wie habt ihr das gemerkt? Eure Studien waren nicht der Überzeugung. Nennen wir es so, ein Gefühl. Das war ein ziemlich trauriges Beispiel für die Rolle eines Gelehrten. Das tut gleich nichts mehr so Sache, ihr werdet... Den kann man töten? Ah! Das ist der andere Bandit! Deswegen hat es mich so... Dann seid ihr hier, um mich festzunehmen, ja? Fürst Rinto hat es auf mich abgesehen und ich habe schon so etwas geahnt. Ich schätze mal wegzulaufen wird mir nichts nützen, oder? Wie konnte jemand mit euren Fischkötten überhaupt einen Adelledigen betrügen? Wenn ihr weglauft, werdet ihr nur erschöpft sterben. Wie konntet jemand mit euren Fisch... Ich bin zu Unrecht angeklagt. Ich habe Edelfrau Rinto nur gebeten, mich mit ein wenig Silber als Schauspieler zu unterstützen. Mäzenatentum nennt man das. Sie stimmte zu, aber ihr Mann wurde wütend, als er es herausfand. Und jetzt habe ich ein Todesurteil am Hals. Das ist nicht gerecht. Und wenn ihr Anstand hättet, würdet ihr mir helfen, aus dieser Stadt herauszukommen, statt mich auszuliefern. Das ist die einzige Möglichkeit für Strintos Zorn zu entkommen. Habt ihr Beweise dafür, dass ihr zu Unrecht angeklagt seid? Was wäre euch meine Hilfe wert? Ich denke, ich werde euch helfen, statt euer Kopfgeld zu bekassieren. Mit euch zu reden bringt mir kein Silber. Nur ist es für Zeit, einen Kopf einzusammeln. Ich möchte mich momentan wirklich nicht mit euch abgeben. Ich mache mal das Erste. Braucht ihr noch mehr Beweise als meinen armseligen Auftrittsversuch als Gelehrter? Wie wäre es mit der Tatsache, dass Fürst Rinto sich außerhalb der Stadt aufhielt, als ich ihn betrug? Obwohl ich das allenfalls Edelfrau Rinto bestätigen könnte. Allerdings sollte es offensichtlich sein, dass ich kein großer Hochstabler bin. Was wäre euch meine Hilfe wert? Ich muss zugeben, dass ich mein Kopfgeld nicht überbieten kann. Aber ich könnte euch die Hälfte geben. Und ich hätte auch eine Idee, wie ich aus der Stadt gelangen kann. Ich denke mal schon, dass er unschuldig ist. Ansonsten ja. Ich denke, ich werde euch helfen, statt euer Kopfgeld zu kassieren. Wenn ihr euch sicher seid, sollten wir sofort Hauptmann Sinn aufsuchen. Wäre jetzt eine gute Zeit, mich unten durch das Tor zu schleusen? Ich bin bereit, euch jetzt zu helfen. Der einzige einfache Weg aus dieser Stadt führt durch das Tor, das Sinn bewacht und der hält nach mir Ausschau. Wenn ich mich aber als Söldner verkleide und an ihm vorbeischleiche, könnte ich vielleicht entkommen. Ihr müsst mir jedoch helfen und ihn ablenken. Erzählt ihm einfach, ich wäre bereits entkommen und alles wird klappen. Ich wüsste nicht, was passieren soll. Ich denke mir, hätte ich ihn getötet, dann wäre es ja Fahrt der geschlossenen Faust gewesen, statt Fahrt der offenen Hand. Den habe ich ja total vergessen. Aber gut. Nämlich hat sie mich selbst gewonnen. Hä, von was redet sie? Und die hat doch irgendwie einen anderen Namen. Aber gut. Bürger, wie ich gehört habe, macht die Suche nach Yukon, dem Vielseitigen, Fortschritte. Ein Gelehrter ist aus dem Garten der Gelehrten geflüchtet, nachdem er mit euch gesprochen hatte. Ich hoffe, ihr bringt mir nun gute Neuigkeiten. Was? Nein. Wir werden ihn nicht verraten. Yukon, der Vielseitige, hat die Stadt verlassen. Wie ist er denn an mir vorbeigekommen? Einen Flieger hatte er ja wohl nicht. Seid ihr sicher, dass er fort ist? Würde etwas Silber eurem Gedächtnis vielleicht auf die Sprünge helfen? Nun, wie sieht es aus? Wie er sich das mal hingepackt hat? Entschuldigung, ich muss mich kurz einkriegen. Oh Mann, ey. Meine Nachforschungen haben eindeutig ergeben, dass er aus der Stadt verschwunden ist. Jetzt, wo ihr zusätzliche Silber erwähnt habt, ist mir wieder ein. Der Kerl da drüben, das ist Yukon. Seht mal, wie diese Schlampe die Hüften schwingt für den Söldner da. Hm. Ich weiß nicht, wie Yukon an uns vorbeigekommen ist. Ob er jemanden von meinen Leuten bestochen hat? Nun, die kaiserliche Armee hat mehr Silber als irgendein Hochstapler. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was könnte er mir schon anbieten? Ihr werdet ihn nicht mehr finden. Er ist fort. Euer Angebot ist verlockend. Dieser unbeholfene Trotte dort drüben ist euer Mann. Ihr seid äußerst große Geschauptmann. Der Kerl dort drüben, das ist er. Ich sollte den verfluchten Kerl festnehmen. Moment mal, hattet ihr euch nicht mit einem Gelehrten unterhalten, der nervös zu sein schien? Und jetzt ist Yukon auf einmal spurlos verschwunden. Sehr verdächtig. Was, wenn ich euch das anderthalbfache des normalen Kopfgeldes bieten würde? Könntet ihr euch dann vielleicht erinnern, wo er steckt? Alter, der ist richtig hartnäckig. Ich glaube, es wird noch zu einem Kampf kommen. Ich kann euch nicht mehr sagen, ganz gleich, was ihr mir anbietet. Dieser Schattner ist euer Mann. Hinter der Verkleidung verbirgt sich Yukon. Wir werden ihn rausschmuggeln. Tja, wenn ihr meint. Ehrlich gesagt, obwohl Fürst Rinto es nachdrücklich behauptet. Ich bezweifle, dass Yukon ein Meisterverbrecher ist. Vielleicht werde ich die Sache mit dem Kopfgeld für diesen Burschen einfach für erledigt erklären. Nun, damit wäre dann euer Auftrag beendet. Es ist wirklich schade, dass ich jemandem mit euren Fähigkeiten nicht mehr Arbeit bieten kann. Heinrich. Was könnt ihr mir über die Stadt erzählen? Sie ist schon tot? Was wird sie... Leider weiß ich nicht viel mehr als das, was die ehrenwerte Angehörige der Lotus-Assasinen erzählt hat. Irgendeine Verräterin aus dem Süden hat die Autorität des Ministeriums für Harmonie in Frage gestellt. Außerdem wird... Der Name ist gut gewählt. Findet ihr nicht auch? Er versetzt die einfachen Leute in Angst und Schrecken. Aber diese Frau wird schon bald gefasst sein. Und sollte... Hä, Alter? Was ich nicht verstehe, sie ist doch schon tot. Warum wird sie jetzt nochmal erwähnt? Tore der Kaiserstadt. Kommt man da durch? Bitte nicht, den Wächter. Danke. Danke. Nein. Die Lotus-Assasinen werden sich selbst um diese Verräterin kümmern. Ich kann euch versichern. LOL Was? Man kann zurück? Ossen? Stattemann kann nicht mehr... Ihr seid eine große Kopfgeldjägerin, dass ihr zwei Fälle in so kurzer Zeit erledigt. Eure Arbeit ist jedoch noch nicht beendet. An diesem Mann ist etwas sehr merkwürdig. Aber ich kann nicht sagen, was... In der Stadt ist noch jemand, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Und zwar ein höheres, als bei diesen beiden. Der bestimmt, wahr? Ihr Name ist Aichi, die Trauernde Klinge. Und ihr findet sie in der Schule Schwarzer Leopard. Woher wisst ihr vom Aufenthaltsort einer Verbrecherin? Ach, Aichi ist ein weiblicher Name? Stimmt, die Trauernde Klinge. Okay. Die Klinge. Könnte auch männlich sein. Okay, gut. Dann ist es weiblich. Welcher Verbrechen wird dieser Aichi beschuldigt? Warum erzählt ihr mir das? Weil ich möchte, dass ihr es wisst. Meine Rolle in dieser Angelegenheit muss euch nicht interessieren. Ich bin einfach ein alter Mann, der die Chance sieht, dass aus Schlechtem etwas Gutes hervorgeht. So wie morgen schon habe ich nämlich kein Vertrauen in ihn. Woher wisst ihr vom Aufenthaltsort einer Verbrecherin? Ich habe sie in diese Stadt kommen sehen. Und das teile ich euch mit. Daran ist nichts Geheimnisvolles. Das heißt aber noch lange nicht, dass du weißt, wo sie abgeblieben ist. Du hast gesehen, dass sie in die Stadt gekommen ist. Aber er hat jetzt nicht erzählt, dass sie in diese Richtung gegangen ist. Wenn ihr sie seht, solltet ihr sie nach ihrer Geschichte fragen. Sie hat sicher sehr Interessantes zu erzählen. Wie der in der Asato unten rechts noch ins Bild gelaufen kam. Und halbnackt quasi. Mönchern, willst du irgendwas sagen? Oder? Nein. Ähm. Das könnte interessant werden. Jawohl. Ich gehe erstmal wieder zurück. Ne, erstmal speichere ich. Wie schnell wieder die Zeit vergeht. Ohne Witz. Schon bei 16 Minuten. Oh. Och Mann. Ihr interessiert euch also für die Lotus-Assassin? Nicht viele wagen es, unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Indem sie sich in aller Öffentlichkeit nach uns erkundigen. Ist ja hässlich. So erfrischend ich euren Mut jedoch finde. Wir unterstehen der Hand des Todes und rekorkieren ausschließlich die Besten. Andere kommen für uns nicht in Frage. Ich frage euch also, warum ihr den Kontakt zu uns gesucht habt. Warum sollte ich euch nicht einfach auf der Stelle töten? Ich möchte ein Teil der wahren Macht hinter dem Thron werden. Ihr könnt es gerne versuchen. Es wird euch nicht gelingen. Aber versuchen könnt ihr es. Nein, das werde ich nicht. Ich möchte den Lotus-Assassin beitreten. Ich möchte ein Teil der wahren Macht hinter dem Thron werden. Es ist schwierig. Ich mache mal das Erste. Auch wenn es so sein mag, tätet ihr besser daran, solche Worte nicht so offen auszusprechen. Wir Lotus-Assassin und insbesondere wir Inquisitoren halten uns lieber bedeckt. Trotzdem stößt eure Bekehr nicht auf taube Ohren. Dass ihr unsere Aufmerksamkeit erregen konntet, zeugt von einem gewissen Potenzial. Doch das allein genügt nicht als Beweis für eure Tauglichkeit. Wir werden euch selbstverständlich prüfen müssen, bevor wir auch nur darüber nachdenken, euch bei uns aufzunehmen, müsst ihr beweisen, dass ihr loyal seid und uns nützlich sein werdet. Wie kann ich meinen Wert beweisen, ehrenwerter Meister? Was soll ich also tun? Wie kann ich meinen Wert beweisen, ehrenwerter Meister? Es gibt Tag ein kleines Problem und dass sich jemand kümmern müsste. Keine sehr wichtige Sache, aber eine gute Gelegenheit zu zeigen, ob ihr unsere Organisation von Nutzen sein könntet. Richter Fang vom Ministerium für Harmonie hat sich angewöhnt, öffentlich gegen unseren Orten zu sprechen. Bislang haben wir das toleriert, da kaum jemand seine Anschuldigen Gehör schenkte. Der Richter Fang genießt einen sehr fragwürdigen Ruf. Aufgrund seiner degenerierten Neigung gab man allgemein nichts auf seine Wahrnehmung. Bis jetzt. Was hat sich also geändert? Ein gewisser Minister namens Ching kommt, um seinen jährlichen Bericht zu machen. Ching hat Informationen über gewisse Aktivitäten unserer Gruppe, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Wenn Richter Fang durch Changs Bericht von diesen Aktivitäten Kenntnis erlangt, hätte er vielleicht genügend Beweise, um uns echte Probleme zu machen. Wir sehen uns dann zu drastischen Maßnahmen genötigt. Doch wir ziehen es vor, die Sache zu bereinigen, bevor sie zum Problem wird. Ich hatte vor, es selbst zu tun, doch ihr könntet das übernehmen und dabei eure Tauglichkeit beweisen. Ihr wollt, dass ich Heng töte? Ihr wollt, dass ich den Richter töte? Wollt ihr, dass ich den Bericht stehle? Was wäre also meine Aufgabe? Der Minister Ching hält sich zur Zeit in einem neuen Gästehaus des Ministeriums im wohlhabenden Viertel der Stadt auf. Richter Fang verbringt die meiste Zeit mit der Beobachtung der Kämpfe in der Arena. Ihr sollt letztendlich verhindern, dass Minister Ching dem Richter Fang seinen Bericht erstattet. Wie ihr das anschaut, bleibt euch überlassen. Eben darum geht es ja bei dieser Prüfung. Vergesst nicht, Inquisitoren sind keine geheimen Schläger. Das überlassen wir den Hinrichtern. Wir wissen, dass die Schande eine wesentlich härtere Strafe ist als der Tod. Bei dieser Aufgabe habt ihr keinerlei Hilfe von den Lotus-Artsinnen zu erwarten. Bevor wir eure Bewerbung auch nur in die Erwägung ziehen, müsst ihr beweisen, dass ihr eigenständig handeln könnt. Warte, ich habe noch ein paar Fragen. Keine Fragen mehr. Ich habe euch alles gesagt, was ihr für diesen Auftrag wissen müsst. Aber jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Vergesst nicht, ihr müsst verhindern, dass Minister Ching dem Richter Fang Bericht erstattet. Wir werden euch beobachten. Wenn ihr euren Auftrag erledigt habt, werde ich hier auf euch warten. Das ist jetzt eine... Wisst ihr, ich will mich ja nicht einmischen. Aber ich habe da eine Idee, wie wir das Problem vielleicht lösen könnten. Wie lautet euer Plan? Ein fetter dritten Grades meiner unvergleichlichen Gattin bekleidet im Ministerium für Harmonie einen bescheidenen Posten. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie Richter Fang seinen Dienst versiegt. All seine Minister bringen ihm ein Geschenk, wenn sie zu ihm gehen. Eine kleine Ehrengabe. Man könnte es wohl auch eine Bestechungsgabe nennen. Wenn wir Chings Ehrengabe durch etwas Beleidigendes ersetzen, seltene Schildkröteneier beispielsweise, wäre Richter Fang so brüskiert, dass er sich weigern würde, Chings Bericht anzuhören. Schildkröteneier, ist das euer Ernst? Wo sollen wir dann Schildkröteneier hernehmen? Schildkröteneier, ist das euer Ernst? Aber ja, Schildkröteneier als Geschenk ist ebenso beleidigend wie eine Kiste Dung. Besonders, weil man sich so anstrengen muss, sie zu finden, während Dung überall herumliegt. Ich gebe zu, an den Einzelheiten des Plans muss noch gefeilt werden. Aber die Eier zu beschaffen ist nicht das Problem. Ich habe welche hier, die ihr nehmen könnt. Ihr habt Schildkröteneier? Hier? Nachdem ihr gerade gesagt hattet, dass sie so schwer zu beschaffen ist? Naja, ich hatte sie für meinen Jahrestag aufgehoben. Man muss sie frühzeitig besorgen, wenn sie reif sein sollen. Aber das ist doch nicht so wichtig, oder? Es gibt schwerwiegendere Probleme zu bedenken. Zum Beispiel, wie kommen wir an Schinks Leibgarde vorbei, um ihm die Eier unterzuschieben? Wir sollten Schink einfach töten. Saubere Sache? Und seine Wachen auch? Genau. Und wenn wir schon dabei sind, könnten wir Fang töten. Und seine Wachen auch? Wir lassen das Blut in Strömen durch die Straßen fließen. Alles im Auftrag der Lotus-Assassinen. Oh ja. Wir treten dem Amtsschimmel mal ordentlich in den Hintern. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich glaube, zu hat das eher sarkastisch gemeint. Und was wäre euer Plan zu? Was ist Lust mit euch zu? Angst vor ein bisschen Blut? Ich bin kein Feigling. Aber an meinen Händen klebt jetzt schon mehr Blut, als ich jemals abwaschen kann. Das wisst ihr ja. Ich habe keinen Plan für euch. Keine einfache Lösung. Aber es ist keine gute Idee, mit den Lotus-Assassinen zusammenzuarbeiten. Davon kann nichts Gutes kommen. Wir haben wirklich keine andere Wahl zu. Wenn wir Meister Li überhaupt retten können, dann nur auf diese Weise. Aber mir gefällt es nicht, dass Minister Shing durch uns in Schwierigkeiten gerät. Vielleicht sollten wir zunächst in der Arena Nachrichter Fang sehen. Möglicherweise können wir ja verhindern, dass er diesen Bericht erhält, ohne dass Shing dabei zu Schaden kommt. Oder sonst jemand. Vielleicht habt ihr recht, Morgenstern. Ich hoffe nur, dass wir am Ende nicht alles und jedes opfern um eines einzigen Mannes willen. Selbst wenn es euer, euer geliebter Meister Li ist. Wie wir es machen, ist letztendlich eure Sache. Aber denkt daran, die Inquisitoren sind keine Schläger-Truppe. Sie gehen subtiler vor. Endlich! Bin schon bei 25 Minuten. Äh. Na jedenfalls ist sie jetzt... Ah, cool. Aber die drei werde ich das nächste Mal ansprechen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Es war ein klitzekleines bisschen Action dabei. Aber ansonsten war es eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes, kann man es weder als langweilig bezeichnen. Aber naja, so ist es halt. Ich habe ja euch vorher gewarnt. Ich weiß, ihr habt es schon öfters gesagt. Aber mal gucken, wie es sich entwickelt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.